Wenn du diese Scheinwerfer klaust, dann wärst du vermutlich richtig, richtig reich. Denn sie gehören zum Laikan Hypersport. Das Auto ist nicht nur eins der kuriosesten Autos, das jemals hergestellt wurden. Es gibt davon auch nur sieben Stück. Und diese wurden alle zum Preis von 3,4 Millionen US-Dollar verkauft. Zu diesem schlappen Preis hat sich direkt einmal die Polizei von Abu Dhabi eins dieser Fahrzeuge gegönnt. In diesem Auto wurde nicht nur ein Twin-Turbo-Boxermotor von Porsche verbaut, sondern auf den Sitzen befinden sich auch noch Stitchings aus echtem Gold. Das ist aber noch nicht alles, denn in jedem Auto wurden 440 Diamanten verbaut, die in den Scheinwerfern des Hypersports sitzen.